Herzlich Willkommen wieder zurück auf dem Kanal von Mr.Tobo, also von mir, dem Tobi. Heute aber nicht mit Simon, sondern mit Jay. Hallo, ich bin Jay. Ja, wir spielen heute wieder ein paar 2v2s. Wollen wir gleich Ranked oder wollen wir Casual spielen? Ranked. Okay, gut. Genau, dein Rang war jetzt auf Diamond 3, Liga 3 oder 4 oder so, ne? Hm. Ich bin ja gerade noch auf Champ 2. Ich habe gestern mit Simon ein Match gewonnen. Mal schauen, wie es heute so läuft. Besser. Wir haben das erste Unranked Match verloren, das zweite Unranked Match haben wir gewonnen. Oh. LOL. Okay. Das sah so aus, als ob der gar nicht losgefahren wäre bei mir. Weil der so gerade an den Ball rangefahren ist. Hm. Ach, der hat auch verzögert. Gut, gut. Pro, pro. Und das Einranked Match haben wir gewonnen gehabt. Oh, zu dir. Gut. Uh, das war re-play safe. Komm. Ja, so nice. Ich dropp den Mic. Schauen. Was tun wir? Ja. Okay, kannst du noch mal? Ich hab einen Boost. Ich weiß, hier kommt ein Boost zu dir. Ich hab einen Boost bekommen. Wird jetzt so gut ein Tor sein? Ach, Mist. Schade. Schade. Richtig an Manuel. Pssst. Äh. Äh. Darf ich das sagen? Ein bisschen zu schräg für den Piss. Sorry. Ein bisschen zu schräg für den Piss. Ja. 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 Boah, aber er hat jedenfalls noch also. Boah, aber er hat jedenfalls noch also. Ja. Da stand ja halt so mütig. Ja. 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 Ich bin mir für den Piss. Ich könnte einen Piss Reset bekommen. Ist noch etwas geboost, aber ich hab ihn. Zu dir. Achter. Ja, nein. Er ist so. Ja. Du darfst nochmal. Boah. Demo-Hur. Ist so easy. Ich hab mir rechts geboost. Ich auch. Knapp, sicher. Sorry? Ja. Ah. Äh, Air-Triple. Ja, Air-Triple. Ist immer frei. Nee, geht nicht. Easy. Keiner ist hier noch. Hä? Wir haben schwarzen Bildschirm. Ja, haben wir noch? Geht's nicht mehr. Hä? Ja, ciao. Ich kann's nicht mit ansehen, dass du im Tor schießt. Achso, ja. Jo. Kein Boost. Nein! Ja. Kann's ja trotzdem mal probieren. Ja, für die Statistik. Genau. Damit ich Punkte habe. Damit's nicht so falsch aussieht. Dann sieht's so aus, als wäre ich gekämmt. Oh, okay. Adio. Tor. M-Made kann ich den nicht reinmachen. Ich lass ihn das abholen. Wo ist der Zeit? Ja. Ich hab wenig Boost. Ich hab noch 60 Boost. Wie sie. Kommt noch nicht. Ach so. Ah. Ich hab 50 Boost. So fast sind nur. Ja. Ich hab einen Rechts Boost. Mhm. Kann ich mich befinden. Ja. Muss vorne erworben. Ich hab das nicht. Das ist nicht da, ne? Das ist sicher mal ein bisschen ab. Nice. Ich war trotzdem mit dem Shuntouch. Ja. Kann ich den auffahren? Direkt hinter? Machst du weiter? Ich fahr hier. Ja. Wenig Boost. Schaff. Mhm. Ich fahr den selber. Ja. Ach. Frems. Kann den Boost fallen. War auch nicht. Ich fahr hier hinten. Kannst du noch? Warte. Ja. Fahr ich mal drauf. Mal schauen. Ich halb noch mal. Für den Dabbel. Ja gut. War so geplant. Oi oi oi. Ich darf's mitengen. Das ist fertig. Was ist da alleine? Oh, ja, lass. Oh, ich habe mich eh gelungen. Ja, das Mar Spider Larry ging. work. Er arbeitet nicht lesa! Schönes Match Am Anfang ein bisschen knapp Champ 2 wahrscheinlich Ja oder eine Pass war übrigens am Anfang Naja schon Du hast alle 5-2 gemacht Aber irgendwie muss es ja berechtigt sein Genau, genau Habe ich dir alles gegeben, damit du Punkte hast Oh man Wir wissen ja beide wer der bessere Produkte Ich kann ja mal so ein bisschen meine Steuerung zeigen Ich habe halt hier Luftrolle rechts und links jeweils auf RBLB gelegt Ich spiele mit dem Xbox One Controller Ich fahr ran, kannst du nach hinten dann? Ja Ok, alles hast du schon Ich habe mir halt einen Boost Oh nein Ich bleibst da rein Nein Schau Ich bleib dran Gerade vorne Ich bin mal 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 ... ... ... ... Tiefen Hm, witzig Hier Witzig Das geht so, ne? A treat Von mir ist glaub der wär gar nicht reingegangen, wenn er da nicht gewesen wär der blaue also der... den Smiley Ich hab... Ah Ok, ich war so schnell wie ich dort von hinten Oh, ich schätze ihn sogar noch Das war einfach mies Mies Echt? Ja, nicht mehr, okay? Sicher auf Oh, die Mutter Ich bin in schwerer Position Keine Spurs jetzt Oh, der ist weg Oh, der ist weg Oh, der ist weg Oh, der ist weg Es ist weg Es ist weg No Why did das happen? Was denn aus dem Büro ist ein Matt, kann er den nicht einspielen? Mal schauen Schöp Oh Gott Oh Mist Schön, ich war hier Oh Mist Boah Ich bin nicht Kannst du hier noch? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab aber noch Nicht Oh Mache Machst du? Mach du? Ja Ja, der hat fast Ach Jetzt hast du mit dem Stil gelaggt Ja Aaaaaah Mann Kann ich hier das Spielspielspielze in der Aufnahme machen? Ja, immer 3 Geil Links Boah, was war das denn? Boah, was war das denn? Neee, ich wusste nicht genau, wer da der Gegner war Ja, sie dacht... sie dachten, du passt mir Hm Deswegen war es nicht gut Okay Weißt du... Mhm Ja Standort kurz hätte ich machen können Hm Warte, du bist gar nicht weg Sorry, ich bin nicht weg Du bist safe Ich? Hm Da hättest du direkt mit zurückkommen können Okay Was findest du? Kannst du gleich passen? So Alles gut, ich hab... Alles gut, ich hab... Ja, ich hab... Oder nicht Nein, ich... Passt du hier? Oder... Ich weiß Drauf ist immer die beste Lösung Egal was du tust, geh immer drauf Pfff 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 Pff Oah Pfff Pff fp Pfff Sche�� Pfff 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 Иgn encl Кто noch gewinnen für eine gute Aufnahme. Wir haben zwei gewonnen. Wir gewinnen immer. Genau. Unser Team gewinnt immer. Deswegen sind wir Bronze. Also ich bin Dirt. Dirt 2, Liga 3. Ich bin Holz 2, Liga 3. Ja, da bist du aber schon Rang über mir, oder? Ich weiß, ich weiß. Oh, oh, oh. Ich weiß. Oh, ja. Wir waren ein bisschen knapp. Oh, wir hatten zwei, Lapping. Fake, fake, fake. Fake. Oh, jetzt. Bisschen flach. Ja, ich weiß. Ein paar Sender? Ja. Okay, kannst du. Mal schauen, was er draus macht. Ach so. Ach so, ich bin da. Kommt er? Ja. Na, haben wir ein bisschen Fuß, habe ich? Nee. Dann holt er mit dem Fuß, dann holt er mit dem Beil. Uuuuuhhhhhh. Das wird den Ping. Jetzt hab ich so einen Ping. Es ist übergesprungen. Manche nennen es Karma. Oh, bin ich da reingegangen? Das ist nicht. Okay, dann hat er ausgehoben. Jetzt hier. Jetzt hier. Schau. Jetzt sind beide oben da gewesen. Ach, leule. Ich bin so den Ball reingepackt. Alles durfte man diesmal auch da auf der anderen Seite gehen. Vielen Dank. Alles Lass. Manchmal lackt es halt einmal durchs Internet und einmal lackt halt weil die Grafikkarte nicht hinterher kommt. Aber wenn die Grafikkarte nicht hinterher kommt, dann sieht man das nicht hier ne Aufnahme, weil die Grafikkarte es ja trotzdem dann noch richtig aufnimmt. Nur halt nicht zu dem Zeitpunkt schnell genug mal auf den Monitore das ganze zu gucken. Stimmt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch jetzt in der letzten Aufnahme gesagt gehabt, oh es leckt. Dann hat es aber von der Grafikkarte ausgeleckt oder vom PC aus. Er hat sie nochmal getapscht. Richtig krasser Mut. Ah, ich... Oh, das Brustrum. Nicht das Brustrum. Nein, ich freue mich nicht. Kommt der andere schon? Ja. Hast du den noch nicht? Weiß. Ein anderer Wieger hier. Oh, wir sind einfach zu. Ne, ja, jetzt. Ah, aber trotzdem. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nicht so hin. Hier hinten ist aber wo es gehört. 2-2 steht, der andere hat noch nicht. Was geht? Achso. Ja, ich war drin. Mach du. Okay, hab ich. Okay, hab ich. Okay, hab ich gefolgt. Ich hab mich gefolgt. Ich hab mich gefolgt. Ich hab mich gefolgt. Okay, mach weiter. Okay, mach weiter. Ja. Oh, rum. Oh, er ist schon vorn. Ich hab mich gefolgt. Ich geh hinten links. Ne, ne. Ich hab mich gefolgt. Ich hab mich gefolgt. am Ball bleiben Prozent nach links ja da hat er doch nicht lust oh schönes Ding Nice Lidon Nice shot Hast du gut gemacht Danke Dankeschön Dankeschön Die spielen ganz schön viel Booms gerade Da sind wir auch hinten Und da waren wir schon Jetzt Oh Er hat uns beide gefehlt Jaa Ich hab's gemerkt Get you rekt Und da könnte es man natürlich immer auf den anderen noch schieben Hey du hättest warten müssen Nein du Aber nein Letztendlich hätt ich glaub ich warten müssen Weil ich weiter hinten war aber In dem Moment hätte er den so krass bangen können Ja Ja Ok Wie macht er jetzt Peter Jetzt Ich Ich geh da Ja Wenn der Druck steht Weil Hat man halt öfters mal gepackt Er will sie bereitstellen Für den anderen Ok Kannst du rechts rüber Mhm Der roter hat Hände Das ist Was ich mir stärker wünscht Oh Hat er nicht Aber das Der Wunsch Ok Ja Ja Ich bin halt auch damit Ich bin halt auch damit Von Gefahr Ja Ja Das war das dritte Spiel ne Jo Ja war nice Oh man Alle spiele gewonnen Ich glaub ich bin jetzt sogar Champ aufgestehen Ja ich bin jetzt auch wieder Champ 2 Liga 3 Also ich müsste glaube ich noch ein Spiel spielen Und dann würde ich aufsteigen Weil Ja 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 gut dann warste Ist das mal wieder für heute ne War auf jeden Fall Spaß gemacht Und dann Auf jeden Fall Das sehen wir uns im nächsten Video wieder Tschüüüüü Já Vielen Dank.